Dann können wir über 66 reden. Nein, 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 nein. Ich will auf jeden Fall noch mit dem Pendel machen vorher, bevor wir auf 65 gehen. Den auf jeden Fall noch. Bevor ich da wirklich mit anfange, glaube ich auch erst so bei 30 Prozent oder sowas. Also alles noch ganz Chilli-Vanilli, ein bisschen XP und so. 66 kommt auch noch, aber das ist schon ein bisschen hart, ja. Ich weiß, was 66 bedeutet. Das würde ich aber auch erst für nächstes Jahr als hier anlegen. Also dieses Jahr 65, ja, okay. Sieg gut aus, was das angeht. Aber 66 werde ich ein bisschen Zeit für brauchen. Ich wollte euch ja auch diesmal nicht ganz so viel Miro antun dann. nicht, dass ihr am Ende wieder nur Bäume seht. Bisschen zusammen will ich auf jeden Fall auch noch machen, bevor wir wieder mit Levin anfangen. Ich bin gerade noch überrascht, dass es noch nicht so leckt. Ich habe jetzt schon ein bisschen gehört, dass es wohl überall irgendwie lecken soll und so, aber... Letztens war ja wirklich richtig Krise, ne. Beim Grinden und beim RBF, das war ja Hölle. Die Hölle war das ja. Und kurz nachdem der Stream vorbei war, ey, ging es ja auch richtig runter. Das war ja gar nicht mehr spielbar. Ich bin ja dann kurz danach auch rausgeflogen aus dem Game. Ich habe mich dann an dem Tag auch gar nicht mehr eingeloggt. Schöne Augen machen. Ich versuche hier gerade Hysteria schöne Augen zu machen, damit mir was gedroppt wird. Noch funktioniert das nicht. Es funktioniert ganz schnell nur, wenn ich Cam anhabe. Ich habe jetzt keine Lust gehabt auf Cam. Ja? Ja? Super. Ja? Ja. Hab wir das aussehen und kein Sieg? Ja. Ja? Ja, warum? Ja. Ja. Na ja, ja. Ja. Ja, wegen zu mir muss ich mal gucken, ey, da hätte ich eigentlich nur Crocs mit dem ich da mitmachen könnte. Ja, wegen zu mir, da habe ich mir, da habe ich mir, da habe ich mir, da habe ich mir, mit dem licht geht schon wenn du die kämmern hast mit dem nicht guckst du sowieso nie ins licht rein sondern mehr nach vorne auf dem bildschirm aber die ganze cam ist einfach kacke das mal so auszudrücken auch wir immer noch dass die neue dann irgendwann mal ankommt aber ab und zu krieg sein mit meiner musik kamera klauen die woche arbeiten muss er hatte glaube ich nicht geschrieben oder oder hat er jetzt abends ich weiß es nicht mehr 100 prozent der war doch gestern abend hat er geschrieben das abend war online und hat geschrieben in games ich habe ja gestern wieder zwölf stunden schicht gehabt damit ich immer dann länger da auch ja ja hallo Also wenn ich die beiden gerade nicht verwechsel, dann müsst ihr ja gestern Abend geschrieben haben, ja. Endlich 116. Ja nice, geht's nicht. Und schon eingesetzt. Ich bin gespannt, ey. Was du sagst, wenn du umskillst. Ich steu ja auch, zieh gerade auf die 10b zu, ne. Richtig nice. Geht echt schnell, als ich dachte mit dem Bille machen. Ich dachte, das würde sich ein bisschen länger überziehen, aber gut. Du gehst doch auf DK Succession, oder? Da brauchst du dir nicht so viel merken. Tatsächlich. So viel brauchst du dir gar nicht merken. Also was du auf jeden Fall machen solltest. Dass du dir in die Taskleister legen solltest. Ist auf jeden Fall dein E-Buff. Weil du den so nicht mal über E bedienen kannst, sondern nur noch über die Taskleister. Du solltest dir den, ähm, wie dir, die Vermächtnis der Geister, den Nocturne und Obsidianflamme dir reinlegen auch. Ja, auf dem großen und ganzen war das schon, war es doch schon. Kommt natürlich drauf an, was du jetzt alles, äh, was gehen kannst auch, ne. So. Musst du mal schauen. Gibt jetzt natürlich noch die anderen Skills sagen, die ich ja immer benutze, aber ich weiß nicht, was du alles skillen kannst. Und ich weiß die Namen auch nicht von allen. Schlecht gerade mit Loot Scroll in Hystria. Ich könnte auch nicht mal zeigen, was ich geskillt habe, weil bei mir ja alles ausgeskillt ist. Ich könnte meine Skills wahrscheinlich nochmal doppelt gemoppelt skillen, wenn es danach geht. Mit verfügbaren Skillpoints. Ja, weiß ich nicht. Ob das reichen würde? Ich weiß nicht, wie viele Skillpunkte man bräuchte für Komplett Aua. Aua. Maiua. Aua. 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 auch gerne bei der LAN was abgeben davon. Was ist denn bei der LAN? Na, XP-Tauscheine gibt's ja, ne? Aber für Skip-Punkte, obwohl... Gibt es nicht theoretisch auf welche für Skip-Punkte? Oder kommt sowas vielleicht noch? Ah, okay, im Angebot. Okay. Ich würde doch sagen, irgendwas habe ich davon schon mal mitbekommen. Dann lag ich ja gar nicht so falsch, ey. So, Lucanina, spring mal in die Luft und dropp mal hier eine Kette. Wie der Zauber. Ich bin Platz 8 geworden im Turnier. Mit der Trie-Decay-Succession. Und mit einer zweiten... Der Decay war ja auch noch da. Also wir waren zwei Decays. Unter den letzten 10. Das war aber... Awakening. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ja, ich habe dann natürlich gegen Vidhan verloren. Und gegen... Oh Gott, ich weiß es gar nicht mehr. Gegen wen... Ninja, gegen wen habe ich denn noch verloren? Gegen Vidhan und gegen wen noch? Ja, aber ansonsten, ne? Rosa hat das Ding ja dann doch noch gerissen. Hat sie dann gewonnen. Aber gegen Vidhan zu verlieren ist auch echt nichts Schlimmes. Einer kann seine Wahl halt auch meiner Meinung nach. Wie ist das? So. Wie ist das? Ja schon. Ich weiß das nicht mehr. Ich weiß es auch nicht mehr. Was ist ein Ninja? Ja, wollte ich ja auch, aber... ja. Ich weiß halt nicht, ob Crocs jetzt da mitmacht mit mir oder nicht. Sonst würde ich auch mitmachen. Der antwortet ja einfach nicht. Du hast ja extra Urlaub genommen. Ja, Crocs, dann müssen wir uns da mal diese Turnierliste eintragen heute. Das ist jetzt schon nächstes Wochenende. Das war... das ist ein bisschen komisch, das ist irgendwie am Freitag und dann aber gesplittet auf Samstag auch nochmal, richtig? Nee, die hat keine Lust auf so viel Trubelmubel. Wir wollen alle nicht vor Publikum kämpfen. Soll ich mich vergrinden, weil ich Check-Code habe? Ah, wo du Spätschichtest hast, okay. Nee, ich hab da... muss ich am Sonntag erst arbeiten, also nächstes Wochenende. Deswegen passt das bei mir sogar. Guck mal, wie weit ich mit Crocs komme. Ich hab mir auf jeden Fall schon ein bisschen die Gegner angeguckt und weiß ungefähr, was so viel Klassen momentan eingetragen wird. Ja, auf jeden Fall irgendwie am Freitag dann ein Kampf schonmal und dann auf dem Samstag irgendwie das zweite mit Finale, so hab ich's gesehen. Ja, mal gucken, also... 2 vs. 2 ist eigentlich immer ganz nice, ja? Oh ja, genau, die zweite Karte des Reisenden. Fleckomio. Ich will den Schrott nicht haben. Ich will keine Karte des Reisenden. Ich hab auch diese Eventkarten jetzt schon endlich fast aufgebraucht und hab noch eine einzige davon. Dann sind die auch endlich aus meinem Inventar verschwunden. Haben wir eigentlich wieder... Gestern waren ja irgendwie nochmal ein paar Wartungen auf einzelnen Servern. Ich dachte, da hätten wir auch nochmal was gekriegt. Habe ich irgendwie in 10 Minuten diese blöde Shiraji-Q fertig gemacht und hab da tatsächlich noch einen Ruin-Ring gedroppt, ne? Aber kein Pott. Alter, bin ich da durchgerast mit dieser Ansage immer oben. Achtung! Blablablabla! Begib dich in eine sichere Zone! Blablabla! Eieieiei! Unter Druck rinden gar nicht mit den Gern. Aber wenigstens Ruin gedroppt. Das ist ja so. Das ist ja so. Ich hab auf jeden Fall schon ein paar Striker gesehen in der Liste. Und Ninja. Aber dann freu ich mich doch gegen mich zu spielen, Ninja. Spielt ihr dann mit Decay oder Spitzarztlan? Hätte ich wahrscheinlich an der Stelle auch gemacht, das so kurz nach einem V-Roll. Du oder was? Wie viel Geld hast du denn in der Bank, ey? Soll ich auch schnell meinen Markt in mein Lager transferieren? Dann hab ich auch ein Geldzeichen im Kopf. 1,5 mehr, ne? Aber es wird doch gar nicht aus dem Marktplatz gezählt, sondern aus dem Lager. Ich hab heute im Marktplatz 9,3 Bille. Nur rumschimmeln. Live-Skills da. Juhu! Das macht dich dann wahrscheinlich schon zum reichsten. Mit diesen reichen Live-Skiller, ja? Ja, verrückt. Ja. Ja, verrückt. Okay. Aber bei Reichtum finde ich eigentlich was schade in der Rangliste. Siehst du halt nur die Buchstaben, ne? Ja. Aber nicht wieviel Manni sie wirklich haben. Finde ich schon sehr interessant, zu wissen wieviel Manni die wirklich haben. Vier Leute aus deiner Gilde? Oha! Oho. Oho. Na, das wird ja interessant. Mal gucken, wie weit ich dann im Duo komme. Im Duo kann ich eigentlich ganz gut kaufen. Aber halt alles Trial Shards, ne? Gut wieder witzig. Beim letzten Mal hast du nicht mitgemacht, oder? Da hast du nur zugeguckt. Joa. Perma iframe for the win, würde ich sagen. Wird auf jeden Fall lustig. Für die Gegner. Die werden so abkotzen gegen uns. Aber wir spielen beide die ganze Zeit iframe shit, ne? Da wird's 2 vs 2 machen. Sag mal Angie, wie hast du dich dann eingetragen im Turnierbaum? Also du dich dann mal und dein Mitspieler auch extra, oder hast du beide eintragen können? Weißt du das noch? Ah ok, ja nice. Perfekt. Ich hab's gesehen. Da muss man sich also keine 2 Quoten erstellen. Ja gut zu wissen. So, dann mach ich das Spieler. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Schöne jemanden auch wieder mit, ne? Oh, Xaka hat gespawnt, by the way. Wir machen uns jetzt mal. O wenig. Wir machen uns mal so. Wir machen uns mal so. Die sagten mir jetzt nichts an der Stelle. BMCs mach ich grad gut, ne? Aber... Naja, auch nur vier Stück. Ach, wie denn? Ach so, ja Mensch. Ne, du sagst mir gar nichts. Kapal. Vivi. Ich dachte, es wäre eine Abkürzung für Vivian gewesen oder so. Feels bad. Lass sie das nicht wissen, ey. Ja, weiß ich nicht, ne? Wer so noch von den Streamern mitmacht? Ja, ich weiß nicht, ne? Na, Sascha? Mr. Stars End One? Ich muss mir überlegen, was ich da hinten dran hänge, ey. Ach ja, stimmt, Mr. Sekreia. Sorry. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Hm, hab ich selten bei mir, dass ich gefragt werde. Kann aber vielleicht an dem Levelzeichen in meinem Kopf liegen. Also, ich hab echt selten die Frage, kann er Leech oder eher die... Also, wenn dann überhaupt, kann ich mitgrinden. Aber so selten. Aber gut, vielleicht ist er jetzt auch schlimmer geworden. War jetzt soweit schon nicht mehr Miro. Na, Sascha, was geht ab? Abgestaubt. Bisher nur Red und vier BMCs. Und du? In der Kreia heute schon was abgestaubt? Gemacht. Gibst du deinen Agris nicht auf dafür? Mhm. Na, Agris machst du auch so wie ich in Österreich, ne? So 7, 60 Stunden. Also, mit 8K, ne? 8K ist ja eine Stunde. Obwohl, ich weiß gar nicht. Wie viel kosten denn Stars Enden, Mops, Agris? Auch 6? Oder was kosten die da? Äh, Sekreia meine ich. Stars End, was hab ich denn mit Stars End? Ich habe das mit mir im Moment. Was für das mit mir uploads. Und wir sind die darum.